Riktastisch geht es weiter, die Waffen nähern sich dem Ende, zumindest die guten, die ich vorstellen wollte. Ich nehme heute die Devastator 2000, eine Waffe mit 100 Schuss im Magazin. Das heißt Dauerfeuer Rumsprayen ist angesagt und ich bin gespannt, ob es hier einen Raum gibt oder ob ich selbst was aufmache. Alles bekannte Maps. Ja, es ist noch 10 Uhr hier gerade so in etwa, also vormittags. Dann nehme ich, Moment, Sumpfsaga, die könnte sich eignen eventuell. So, Devastator. Da fehlen noch ein paar R. So, erstellen. Mal schauen, ob um diese Uhrzeit überhaupt ein paar Leute reinkommen. Oh, ein paar sind es schon. Na gut, ich nehme, soll ich zwei kurze Runden oder eine, obwohl die 50 Kills erreicht man nie mit so wenigen Leuten. So, dann hier so eine Runde. Teams sollten klar gehen, nehme ich an. Und es geht los. Habe eben aufgewertet. Ich habe noch keine Runde gespielt, aber die Waffe sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Ah, mit dem Magazin habe ich mich jetzt verrechnet. Ich habe extra keinen Nachlader mitgenommen, weil ich dachte, das hat hier mehr. Die Waffe sieht irgendwie so aus wie ein Schwein oder keine Ahnung was, aber das Fadenkreuz ist ja mal der Hammer. Und die Nachladezeit. Oh mein Gott, hier, wenn ich mich bewege, das geht auf wie keine Ahnung was. So, mal schauen. Headshot. Double Kill. Ich lade noch nicht nach. Nö, ich bin kein Nupsi-Nup-Nup, der drauf reinfällt. Wow, ah, hier wird auch herumgesprayt. Das waren jetzt zu viele. Aber das ist, das ist nicht schlecht, dieses lange nicht nachladen. Aber die Waffe, das sind wie zwei Ohren hier. Keine Ahnung. So, Moment, da drüben geht die Party ab. Ah, so trifft sie eher nicht. Boah, ich wäre schon fast auf R gekommen, weil ich immer so früh nachlade. Alter, ich hätte nicht nachladen sollen. Oh, da war noch jemand hinten. Ah, der war von uns. Okay, das war ein eigener. Oh, da gehe ich mal weg. Das sind die No-Recoil-Waffen. Da habe ich keine Chance. Wo kommt man da hin? In der Sumpfsage. In der Sumpfsage. Ja, ich, ich, sorry, ich nerve echt nicht mehr lange mit den Waffen. Habe jetzt bald alle durch, die ich durchnehmen wollte. Ah, er hat da dann. Es gibt zwar noch ein paar, vor allem Sniper-Gewehre, da so eine Merkur und die habe ich auch noch. Moment, so ein Impuls-Gewehr. Aber da will ich nicht mal Steine dafür verwenden, um die aufzuwerten. Und ohne Steine sind die dann noch schlechter und dann würde ich noch mehr darüber herumragen. Und naja. Hier, ich habe dich schon gesehen. Ui, so viele Kills noch ohne Prämie mit der Waffe. Ich bin gerade ein bisschen überrascht von mir. Hier. So, genau. Aber ich habe sie jetzt echt fast alle durch, die ich durchnehmen wollte. Hier war er. Oh. Ohne Nachladen, ohne Nachladen. Das ist so ungewohnt. Man, man, oh. Hier waren sie alle. Man ballert, dass schon einer komplett stirbt mit Premium und keine Ahnung was. Oder Rüstung. Und dann hat man noch immer Schüsse für noch zwei, drei weitere Kills. Das ist heftig. Daran muss man sich erst mal... Hui. Daran muss man sich erst mal gewöhnen. Gewöhnen, wöhnen, wöhnen und direkt eine Granate rauf, obwohl da drüben einer steht, auf dem du ja mal gehen könntest. So. Ah, schnell. Nicht nachladen. Boah, das sind ja locker fünf Sekunden. So, ich lade jetzt nicht nach, bis er nicht automatisch nachlädt. So, genau. Oh, oh. Komm schon, Lokus. Du musst nachladen. Du musst nachladen. Ich nicht. Hui. Schön langsam gefällt sie mir. So, 33 Schüsse. Jetzt sollte ich vielleicht mal nachladen. Ah, schade. Aber ging sich sogar von den Schüssen her noch aus. Ich bin begeistert. Und normal schwere Waffen sind überhaupt nicht meines. Aber so ganz und gar nicht. Vielleicht noch die T-Rex oder Saurus. Aber ansonsten... Ja, es gibt da noch so einen Raketenwerfer und noch so eine schwere Waffe. Aber mit denen habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht. Und ja... Auch wenn jeder immer so... Schilling! Alle Waffen! Pay a noob und dies, das, Ananas. Aber... Oh. Auch für mich gibt es eine Grenze und ich sehe keinen Grund, mir eine schlechte Fun-Waffe zu kaufen. Nur um sie im Video vorzustellen. Sondern, ja... Ich will ja auch die halbwegs guten mal nehmen. So. Die sich auch lohnen. Und dann schön langsam. Ich müsste echt mal so ein Video machen mit allen... Oh. Mit allen Sci-Fi-Waffen oder Hightech-Waffen werden sie, glaube ich, auf der Website genannt. So. In die Aktionsleiste alle packen und dann durchwechseln immer. Und mein Feedback zu jeder Waffe abgeben. So. Weil das wird auch immer sehr oft gefragt. Schilling, jetzt kennst du ja schon alle neuen Waffen. Welches soll ich mir holen? Und wenn mich jemand fragt nach seiner... Oder nach meiner Empfehlung, ich sage, ich würde trotzdem eher jedes Mal noch eine Locust, Hornet, Orion, irgendwas von den alten Schinken hier empfehlen. Weil die nach wie vor einfach die coolsten Waffen sind. Auch wenn hier so ein rosanes Schweinchen namens Devastator ganz lustig sein kann. So. Jetzt aber... Oh. Blends gerade... Eieiei. Oh. Iieie. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Vom eigenen Spieler geblendet. Aber das war unabsichtlich. Kann ja mal passieren. Nein. Oh. Warum stehen gleich 2 hinter mir? Da läuft es so gut am Anfang und dann... BAM! Zwei Spieler hinter mir, während ich einem nachlaufen möchte. So, Nucleon 41. Genau, die ist noch die größte Empfehlung, würde ich sagen. Ah, warte, warte, warte. Nucleon 41. Auf jeden Fall. Der Lokustverschnitt. Ah, der Lokustverschnitt. So, 44 Schüsse. Soll ich noch nachladen oder noch nicht? Ach, hier oben ist der. Da muss ich auch mal rauf. Sumpfsaga, yo. Oh, Saga wegen Bricksaga und so. Ich muss sagen, ich fühle mich gar nicht mehr so, als wäre es Season 3. Hier diese ganzen Waffen hätten eher naja, für Season 2 gepasst. Und vor allem die, diese Zahlen da heißen ja die Season. Bei den Waffenanzeigen im Shop und Inventar. Und irgendwie, das ist auch seltsam. Bei manchen steht da eine 2 dran, bei manchen eine 1. Und ja. Oh, also die hätten wohl schon früher kommen sollen. Beziehungsweise heißt das vielleicht einfach nur, das ist eine Nachmache von der Waffe aus Season 2. So in der Art. Wie kommt man da zu diesem Portal? Weil da in der Mitte einfach rauslaufen, das ist ziemlich gefährlich. Das sag ich ganz ehrlich. Ja, aber wie gesagt, keine Ahnung. Sci-Fi-Waffen-Hightech-Gedöns. Und das während einer Mittelalter-Season. Ich nix kapisch das. Kann ich nicht so ganz verstehen. Vielleicht gibt es da ja irgendwas, was ich übersehen habe. Aber so ganz viel Sinn ergibt das nicht. Naja, muss ja nicht alles Sinn ergeben in der Welt. So, jetzt mal hier nachladen. Ich laufe hier schon eine halbe Stunde ohne Nachladen rum. Hm, rum. So. Warum sehe ich niemanden? Oh, hier, 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 hier. Ja, da war jemand. Oh, da war jemand. Jetzt. Nice one. Ai, 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 ai. Oh, Mann. So, das war eher Fail. Fail, fail, fail. So kennt man den Schilling. Ey, Schilling, du singst in jedem Video herum. Was soll denn das? Nimm endlich ein Album mit Dieter Bohlen auf. Jo, der Dede. Der Dede meldet sich nicht bei mir. Ho, ho, ja, schau mal. Hi, und der. Wie soll ich sagen? K1 hat mich nicht in den Recoil oder ins Recoil. Recoil? Recoil? Nö. Hat mich nicht weitergelassen in die nächste Runde. Ich hab den gelben Zettel leider nicht bekommen. Sehr schade. Moment, so. Wenn man unabsichtlich nachlädt, kann man einfach auf die Pistole wechseln, um das Nachladen abzubrechen. So wie früher der Nachlade-Bug war, kann man das jetzt machen, um das Nachladen abzubrechen. So ist es auch gedacht. Oh, 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 oh. Ey, ey, ey. Nein. Wie ich gar nichts treffe aus den... Und wie ich nachlade einfach mal. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, warum trinke ich keinen Rum? Das wird übrigens meine erste Single. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, warum trinke ich keinen Rum? Oh yeah, diese Lyrics, die gehen ins Blut, wie keine Ahnung was. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, warum trinke ich keinen Rum? Sprayin', 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 wie ein Graffiti-Sprayer. Und jetzt, oh sieh... Alter, diese Leiche ist so riesig, die fängt alles ab. Die fängt alles ab. Ja, nein, ich will weg da, weg da, weg da. So, jetzt komm hier rein, komm hier rein. Ja, komm rein. Komm herein in meine gute Stube. Ich habe ein paar leckere Kekse für dich gebacken. Oh yes, die Waffe geht ab. Zu der, genau zu der wird noch ein Video kommen. Zu dieser Pistole. Aber ich finde Pistolenrunden nie so spannend, weil die meisten haben dann entweder keine gute Pistole, Max, ab, oder keinen Nachlader und... Ja, das ist dann nicht so ausgeglichen, meistens. Weil, wie gesagt, Pistolen braucht man nicht so... Oh, 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 ja, uah. Na, 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 na. Na, 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 na. So, und vielleicht nochmal die Sounds anhören. Wee! Du, 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 du. Er muss sich denken, what the fuck? I love me chilling. Jetzt dreht er schon komplett durch. So, ich habe noch einen Schuss zum Nachladen. Wenn ich jetzt nachlade, bin ich der Größte... Oh, äh. Hier jetzt irgendein dummes Wort einfügen der Welt. So, oh, Weltraum. Komm, schnell, Warpies. Genau, und ein großer Nachteil noch, warum ich... Oh! Warum ich solche schweren Waffen hasse, ist, dass man mit denen so langsam läuft wie eine Schnecke. Selbst Schnecken laufen schneller. Das könnte so ein Slogan sein. Schwere Waffen. Selbst Schnecken laufen schneller. Gehen wir mal ein paar Schnecken und checken in Frankreich. Baguette, Baguette, Schnecke. So, die Map finde ich ganz in Ordnung. So, so, so. Sumpfig, Schlumpfig, Schlumpfig. Nächstes Mal denke ich mir schon einen coolen, eleganten Spruch vor der Runde aus. Sumpfig, Schlumpfig. Obwohl, das war ja nicht geplant, dass ich hier diese Runde spiele. Sumpfig, Schlumpfig. Und Schilling ist doof. So. Die Karte wurde bewertet. Also von vorne hat die was von irgendeinem seltsamen Schweinchen. Das sind die Ohren. Das ist der Rüssel oder Elefant. Man braucht ein bisschen Fantasie, aber... Ja, mit Fantasie geht vieles einfacher. Und hier da unten noch ein Fuß, ein Fuß natürlich, nur ein Fuß. Sonst nichts. Okay, habe ich hier irgendetwas überlesen, verpasst. Also, das nochmal die Waffe. Devastator 2000. Schon 14 Jahre alt, aber trotzdem noch so gut wie am ersten Tag. Und ja, Wein wird ja auch besser, wenn er älter ist. So, also jetzt noch irgendwann die Osiris in nächster Zeit und dann geht es wieder weiter mit normalen Videos. Unter Anführungszeichen normal, wenn man mich normal nennen kann. Yo. Okay, und dann geht es einfach... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt lasse ich mich nächstes Mal weiter.